Hier ist dann die Mülltonne und da sieht man genau hier oben drüge ist ein Fenster und im Sommer schiegt der ganze Scheißdupp da hoch. Ob das mir klappen oder nicht, das ist eben die Frau Moskaloni hat mir gesagt, komm komm da hinten, sie standen schon da hinten, angegeltlich, aber die standen die ganze Zeit, die ganzen 14 Tage, wo man jetzt hier wohnt, standen diese Scheißtonnen genau hier vorne, das sieht man, ist eben griechische Art, da weg, die Leute sehen ja hier nichts in dem Haus des Segen, es ist ja auch kein Wunder, was für Leute hier? Guckt euch das mal an, das heißt, der Mülltonne, aber was machen wir, ne, so lassen deine Fenster raus, dann ist das Theater groß, aber, was sieht man, da ist die Haustamm kaputt, alles mögliche, so sagen, die Klosmühlung von den offener Gassarbeiter auch nicht, das ist Mandelzustand, der lohnt in Schlörsheim, der Herr Müller, und in ihr eine Kontaktanzeige, das sieht, oder ein Augenblick, oder Müller in der Segelgasse 10 in Rüsselsheim, das Hausvermiede Lille, nicht sich melden, das ist ein richtiger Halunke und ein steiner Gräser, hilft's persönlich, die haben ja auch mein Facebook-Konto gehackt, oben der, ja, aber gut, das ist ein anderes Thema, und wenn es euch gefallen hat, macht bitte einen Daumen hoch, für Sie!